Mann, wie ist das sowas von anders? Ja, das kotzt mich auch richtig an. Die meckert darüber, die hat das verdient, Alter, ohne Schein. Ja, das kotzt ihr mich an, Alter. Warum wir? Was hab ich dir gemacht? Nein! Weißt du, die Michelle, die ist die ganze Zeit wieder auf ihrem Ego-Trip. Boah, Alter, die fällt sich echt im Kindergarten. Ja, die ist im Kindergarten ja jeden Tag. Jetzt rennen! Boah, wie schlecht seid ihr eigentlich? Beide. Ja, natürlich. Natürlich, wenn ihr das verkackt, vor allem die, 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 die Toter. Ey, Kevin! Das! Entschuldigung! Nein, nicht der, nicht der, nicht der. Oh, 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 oh. Wieder weggeflogen ist auf dem Gesicht. Okay. Die Jennifer ist tot und wir müssen diese Aufgabe bestehen. Wir werden es schaffen nicht, denn die Michelle ist so schlecht. Oh, ja, DJ-Brollen, was geht. 2010, Table-Channel-Gamer-Rekords. Ich bin dein Sonnenlich- Vermö... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Michelle, jump off. Jump now. You are so a bad player. Such a bad player. Oh, mein Kevin! Po- Wait up! This fucking man! Comes! Comes from oben! You are, you are so bad. You are so bad. Josh! Du bist so schlecht. Nur weil du dich das schaffst, mit deinem großen Pilz zu springen. Jetzt können wir den ganzen Kaktis dahin schon wieder machen. Weißt du was? Wir rennen jetzt durch. Wir sind... Nein, gib uns, gib uns einen Stern. Ach, was wollte ich gerade machen? Ich habe gesagt, wir rennen jetzt durch. Wir sind... Wer macht groß? Haben wir vielleicht noch einen Wunsch, Madame? Ja, eine Batterie. Ich mache uns gleich klein. Nein. Jippie. Ich bin nicht die Idee. Ich habe doch gemacht. Ich habe mir das aufnehmen können, mit Kaptain, wenn wir uns so blamieren. Ja, du blamierst dich eh. Wir machen das eh nicht. Ich bin schon gestorben. Ja. Rennt durch, rennt durch, was das Zeug hält man. Rennen, aber nicht runterfallen. Jetzt pass auf, pass auf, pass auf. Ihr verliert gleich. Ihr verliert, ihr verliert, ihr verliert, ihr verliert. Du musst dich ducken, du. Ihr verliert, ihr verliert. Ihr verliert, ihr verliert, ihr verliert, ihr verliert. So, jetzt, jetzt, rennt, rennt durch, rennt. Nicht springen, nicht springen, nicht springen. Ich bin hier ab, ich wieder rein. So, renn, 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 renn. Nicht hüpfen. Nein. Nein. Ich hüpfe immer noch. Oh mein Gott. Nein. Boah, Jenny. Zu retards. Warum? Warum? Warte. Warte auf mich, warte auf mich. Ich bin Dirk Bach. Oh, Michelle. Sehr gut, Jenny. Sehr gut. Und jetzt. Ich... Ich hab nach oben gelenkt und der läuft nach links. Ich bin so dumm. Meiner hat Gehschwierigkeiten. Ja, Alter. Da ist die Hexe von Yoshi ein. Ich kann mich noch genau an die erinnern, als ich mir das erste Mal gegen den Boser gekämpft lassen lassen hab. Äh, was? Nein! Was? 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 Was war das? Was war das? Äh, ist euch das nicht? Ey, Leute. Ohne Spaß. Auf einmal war der Bildschirm Spaß. Die TV-Karte hat Spacken gehabt. Jenny und Michelle waren weg. Der Typ war in der Luft und ich wusste gar nichts mehr. Scheiße, verdammt. Äh? Keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall hab ich nichts mehr gesehen. Ey, was muss man doch... Sieht man jetzt auf der Aufnahmee an, oder? Auf der Aufnahmee? Ja. Auf der Aufnahmee, ja. Los, läuft das Zeug durch. Läuft das Zeug durch. Alles klar. Läuft das Zeug durch. Go, go, Power Rangers. Läuft das Zeug, guys. Michelle, du verkackst das. Warte, einer von uns muss mit dir raufen. Nein, du... Du bist such a bad player. Boah, du Gamer, Alter. Boah. Perfectly. She did it perfectly. She did it perfectly. She did it... Oh, oh my God. It was so awesome. Oh, that was knapp. That was such a knapp Sache. Oh, she got it. Ey. Oh, mein Gott. Oh, mein Jennifer, bring die Gamer. Du läufst nicht sofort. Eier. Ich laufe nur. Wartet auf mich. Oh, sch... Oh, sch... Gamer, meine hat so geil... Jetzt wartet auf mich. Der wollte... Meiner wollte... Feilrücktier wollte meiner machen. Der war richtig gut, meiner, so. So, komm. Guck mal. Jenny kippt voll nach vorne über. Die ist zu schwer am Bauch. Warum bin ich so gestört? Warum bin ich gestört? Das war behindert. Das hat gestört im Kopf. Ist noch alles dran. Ich glaube nicht. Krieg ich auch nicht. Oh, weh. Das kommt jetzt wieder. Oh, blieb blieb. Oh, hey. Oh, der ist ja über mir. Boah, das merkst du ja früh. Ah, du bist noch mal gescheuert. Das gibt es nicht, Jenny. Vor allem er. Ich finde es nicht lustig. Ich, 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 ich finde es irgendwie schon lustig, wenn ich ehrlich bin. Ja, du. Alter, du gesehen. Ich hole den Schlüssel. Ich hole den Schlüssel. Nein. Yay. Mein head is going to the fax. Leute, Leute, boah, wir waren so schlecht früher, wir haben, wir haben früher Shows gemacht, ja, und es war einfach so gut, wir haben uns unter meinem Bett versteckt, haben die Decke da drüber gemacht, also unter das, wo man halt dann da drunter gucken kann, und haben Handpuppen gehabt, und dann haben wir unsere Eltern kommen lassen, haben Ernie und Bert Musik angemacht, wie ging das noch, und haben dieses Puppenspiel nachgemacht, was war mit uns los, das war voll lustig, vor allem, weil es sind noch früher unsere Tatschen, wo wir die schmecken, ja, dann kommen die an und basteln die Eintrittskarten, für Tanchos bei sich im Zimmer, das war voll cool, komm, wir spielen noch bis zum nächsten Schloss, das war so schlecht, so voll lustig, your battery is not full, ja, deine Mutter ist auch vergiftet, Danke, danke Michelle, danke. Boah, ich frage mich immer wieder, wie meine Schwester es schafft, ein Dermarkes... Auch da frage ich mich immer wieder, wie man es schaffen kann, solche Sprünge hinzukriegen. Mach sie mir doch nicht ein, Jenny. Und wenn du stirbst, Jenny, dann weißt du... Oh, jo. Boah, Alter, diese Kombo, die die Michelle da wieder an den Tag legt. Da, da, oh, jetzt, da. Oh, das ist... Michelle, hör auf zur Scheiße zu schreien, Mann. Dein Organ ist voll Kacke. Ja, warum tut dir wohl alles weh? Ihr tut mir alle weh. Ich, warum tut ihr alles weh? Ach, wir tun dir weh, wenn wir wegen dir permanent in irgendwelche Lavabecken fliegen. Jetzt warte, warte, ich warne dich. Du schaffst es nicht! Lass meinen PC gangen. Du darfst ihn nicht berühren. Gib uns nochmal einen Stern und irgendwie was, was uns rufen hat. Mann, nee, jetzt tut mir echt alles weh. Ja, weil dein... Von hinten schlägst du mich vor. Was ist mit dir? Mir tut alles weh, weil ihr zu unfähig seid zu spielen. Ach, wir sind zu unfähig zu spielen. Wir sind zu unfähig zum Spiel. Du weißt schon, dass man mit dem Stern nicht beschlabert. Jetzt renn mich. Ja, weißt du, guck mal, da werde ich wieder angemotzt. Tränen. Boah, ihr seid sowas von gar nicht. Ich bin wieder selbst weg. Viel Spaß. Nein, die sind beide weg. Alles klar, ich schaff das. Ich glaube an mich. Oh mein Gott, das ist schlecht. Was ist? Nee, Michelle, hör auf mich zu trollen. Lass es. Nein. Ja, als... Scheiße. Ja, als ob. Ich habe gar nichts gemacht. Doch, ich bin gleich mal.